Sagen Sie mal, Frau Keckeli! Was, Frau Peters? Was sind Sie da für ein schönes Schädeli? Das ist ein Schädeli mit einer Spätzlisklappe! Ah, das verstand ich nicht! Ja, da ist eine Spätzlisklappe dran! Äh, Spätzlisklappe? Also, ich seh da keine Spätzlisklappe! Da klotzet sie noch! Da geh mir jetzt ein paar Spätzle rein! So, jetzt noch mehr Spätzle! So, jetzt! Gänse, jetzt ist die Spätzlisklappe aufgegangen! So eine schöne Spätzlisklappe! Ja, so lässt sich's leben! Wunderbar, Frau Keckeli! Ah!